Fickzoll Alter! Fickzoll! Okay, jetzt bin ich da Ist verschlossen Ist verschlossen Na okay, dann muss ich als klassischer Variante Alles was du tun könnt Sie enttäuschen mich mal Warum kommen Sie nicht her und regeln, dass wir ein echter Mann Die Aussicht ist toll hier oben, ich bewege mich nicht Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind Nämliches Blaublut Mal sehen, wie Ihnen das gefällt Warten Sie Blindleiter, jetzt zählen Sie doch mal Ha 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 Den muss ja als erstes ausschalten Der kann mir als allererstes Problem verursachen Sehr gut Okay, wir kommen ein wenig nach oben Martin Martin Interessant Alles nur blanke Verräterhunde, ey Soll es noch gibt's, äh Seh ich da Verhuchte Scheiße Verhuchte Scheiße Na okay Da muss ich gehen So ein bisschen rennen Da braucht niemand Wow, da war es sogar cool, ey Der ist eh Der ist eh weit Viel Alter Irgendwer da pisst sich mal wieder an Woow Woow Kommen die her Okay Kommen die her? Kommen die her Heiner Oh geil HEH Wow, ok Ist mir A4 nur sehr gut verstecken jetzt Was haben wir da am Münzen Sehr gut, kurz hier verstecken, ausruhen kann man auch sagen, auf die Knarre, eine schöne fette Knarre, da kriegt man ja alles, was man bezahlt hat. Sehr gut. Sehr gut. Und Martin ist... Ah, immer noch. Sehr gut. No, haben die kein Armbrustbolzen, oder? So ein Scheiß, aber auch so ein Scheiß. Da kommt ein Raumschluss. Da oben ist er. So, Hito einfach nur... Töten! 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 Wow, wow. Eine Woche Whisky für den, der ihn tötet! Okay. Au! Au! Schade. Jetzt prügeln sich die Ratten um deine einige Weile. Ach, schade. Ich dachte, man kann so oder so knapp, aber... Hätte ich das eine Mal nicht verkackt, ey. Hä? Na, ich bin jetzt da. Na, okay. Ist das alles, was Sie tun können? Sie enttäuschen mich, Martin. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Nämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Warten Sie Blindschleiche, jetzt zählen Sie doch mal! Bitte, 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 bitte... Ja, ja, leck mich, du blöder Pissnäcke. Glück ist der eh etwas einfacher zu erledigen, als seine anderen Kameradschafte. Boah, hab ich da viel vergessen? Ach, der braucht bis jetzt wieder auf ein Präzisionsgewehr. Weil mit der Pistole hier immer ballern, das ist auch nicht die schlauste der Welt. Wow. Geht der jetzt auch noch runter? Jawoll! Geil! Na, doch nicht. Bitte, 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 bitte... Jawoll, der ist so aus unsendran. Verräter müssten einfach nur weg... scheißen... da Sehr gut Bändelzump Du feige Sau Hätt ich mich noch da rein... ok Sehr gut Da wollen wir schauen Nein Fick dich du Wichser du Du kehrst Ich weiß, dass du hier bist Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, abschau Verdammt, wo ist er hin? Bitte, ich hoffe, ich gucke die drei Hände Ich werde so angearscht Ruft, wenn ihr ihn seht Die sind ganz nah, die sehe ich sogar Scheiße Scheiße, 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 scheiße Überall nachsehen Ja, überall nachsehen, aber nicht herkommen Ich hau ab Ja, zertreten wie eine Quarka noch nicht Wir finden ihn Wir wissen, dass du hier willst Nee Wow Sucht überall Na gut Diesmal hast du Glück gehabt Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen Jetzt hab ich dich Richtig Anrufe Zurücktrich Eine Woche Whisky für den, den ich töte Alter Geht Ah, okay